Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, wie zu Neustis, und heute mit dem Start eines zweiten Projektes, und zwar Company of Heroes Tales of Vaelor. Ja, wir beginnen mal mit der Tiger Ass Kampagne und nicht viel schnacken, sondern los geht's. Die Tiger Ass Kampagne Ja, das sah ja schon mal sehr interessant aus. Die Geburtsstunde einer Legende. Na, mal gucken, was uns hier erwartet. 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 Ziel erfasst. Feuer nach eigenem Ermessen. Na also, wer sagt's denn? Komm zu Papa. Geladen! Feuer! Berg! Berg funkt das Hauptquartier an. Der Eisenfresser konnte noch zwei Treffer landen. Melde eine Pack in einem Kilometer Entfernung. Bekämpfen! Namen! Geschütz geladen! An der Ostfront hatten wir uns einen Namen gemacht. Im Frühling 1944 wurden wir an die Westfront nach Frankreich versetzt. Ich gab den Befehl noch im Morgengrauen vorzurücken und steuerte meinen Panzerverband in Richtung der Position 2, 1, 3. Der Eisenfresser bewegte sich nur langsam. Wir hatten Schwierigkeiten mit dem Motor. Nagelneuer Motor und Tröpfelgriffe beschissen! Sorgt für genug Leistung! Großartig! Ein Tun für Ziele, an die wir nicht herankommen! Halt! Britischer Panzerverband! Bestätigt! Gefecht bereit! Kampfbereitschaft viergeschild! Gigergruppe Achtung! Gebt den Motor auf Vollgas! Na los! Schnell! Zielgesicht in den Wrangwein! Jawoll! Versteht ihr das Ziel? Bereit, Herr Hauptmann-Fahrer! Setz das verdammte D-Ali-Jun! Zeit für den Abmarsch! Lasst mich kein Schuss hier bauen! Arno, fahr! Sie zulässt der Motor schnurften! Zeiget ihr die Wand aus! Die Ballon nicht aus! Feuer erlaubt es! Heutzelfer! Arno, bring uns in der Weichel im MMS und bekämpfen! Was war das? Was ist mit dem Tiger los? Der Motor ist abgesoffen! Geben Sie mir eine Sekunde! Seht zu, dass der Panzer weiterfährt! Die Kirste darf jetzt einfach nicht verrecken! Jawohl, Hauptmann! Schultz, bekämpft jedes feindliche Fahrzeug, das die Straße entlang kommt! Keiner darf vorbei! Gelassen! Gelassen! Nein, 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 nein! Tommy zerstört! Schultz, das Ziel vernichten! Das Haus von dir hält Verbindungen zu uns! Befehle erhalten! Spreng Munition einsatzbereit! Schaltgetriebe okay! Ziel mit Spreng Munition bekämpfen! Bereit! Starte Motor! Gefängsposition, bereitet euch auf Feindkontakt vor! Feindkontakt vor! Feuererlaubnis erdreihend! Feuererlaubnis erdreihend! Feuer nach Rhein im MMSen! Los, los, los! Feuer nach Rhein im MMSen! Feuer nach Rhein im MMSen! Los, los, los! St V Toughes guter Schuss, Solz! los! Leistung auf Motor rumlenken Motor am Leerlauf! dem Vath substrativ direkt Assinen Oh, ja. Unbestimmt, wo der in die Luft gehalten ist. Krampf geladen! Särkmal! Leust dich! Lass uns doch mal drücken! Arno, Zeit für den Abmach. Positionswechsel vorbereiten, ihn bewegen. Der Motor anlassen! Dauerfeuer, Einsatz bereit! Sämtliche Kraft auf den Motor! Rösten Sie! Koch die Tommys! Motor kommt euch für den Angehaltenswaden! Macht euch bereit und stürmt den Ort! Schnell! Die Dummköpfe glauben wohl, dass sie den Krieg schon gewonnen haben. Dem ist nicht so. Bernd, absolute Funkstille. Das M.G. bemannen. Leeds geht zum Nachladen der Munition bereit halten. Schulz, alle feindlichen Panzerfahrzeuge vernichten. Ich will, dass jeder Schuss sitzt. Vernichtet alle feindlichen Panzerfahrzeuge in der Ortschaft. Vernichtet sie, solange sie auf dem Boden liegen. Kontakt! Panzerabwehrkanonen! Vernichtet sie! Wenn du alle Zivilfahrzeuge erledigst, gebe ich dir 10 Mark! Spreng Munition! Gebäude anvisieren! Vernichtet das Gebäude! Spreng Munition auf sie! Anno! Bewegung! Prüfe Druck in den Leitungen! Tigergruppe! Man kann ohne Fahrposition! Sie werden schon bald dort bleiben! Schnell! Abrückeln! Sieh zu, dass der Panzer weiterfährt! Die Kiste darf jetzt einfach nicht verrecken! Unterschuss! Bewegung! Bewegung! Rücken unter Beschuss vor! Noch mehr Blechpissen zum Rücken! Die Gefahrtgeschwere Beschuss! Joa! Ich bin auch wieder ins Weck. Weitere britische Panzer! Bleibt wachsam! Neues Ziel bestellt ihn! Gas! Gas! Jawohl! Da steht hier das Ziel! 8,8 Mark! Gebet er in den Weitenlichtenliebe! Das Gebäude zerstören! Bleibt in Bewegung! Motor bei voller Leistung! Panzer brichtende Munizierung! Sieht aus dem feindlichen Panzer! Das Hauptfaktierer wieder Kontakt zur Aufführung! Pack gesichtet, geschützt bereit machen! Litzke, sieh zu, wie ich die Schweinehunde erledige! Bringt die Gesiehunde mit den Geschützberaten! Angriff eingeleitet! Was ist das? Hat sonst noch jemand Lust, die zivilen Fahrzeuge zu zerstören? Amüsieren wir uns, Zigergruppe! Diese Infanterie ist keine Bedrohung! Verlichtet den Panzer! Schießt mit Sprengmunition auf Sie! Halschabwehr-Einheiten! Macht die Sprengmunition klar! Linke Flanke, schwerer Beschuss! Die Sichtung, was ich kann sein! Bis gleich!